Wenn du mich hier weg, Evalon, rass dich aus, Digga. Ich hoffe, das ist dir klar. Ich weiß, ich hab die Echte von runter geht in deinen Zaun, damit wir in deinen Ohren nicht ganz bleiben. Das ist nicht dein Ernst! Ey, das schaff ich's einmal, dadurch kommt mir ne Gäugelchen entgegen und pimmelt mich da runter! Ich hab's geschafft, Freunde! Ist das dein scheiß Ernst, Alter?! Und herzlich willkommen an diesem heute Donnerstag! Phoenix Donnerstag, weil der gute Anime-Fan, der heute mitfährt, eine Special Episode raushaut. Deswegen einen Dreher, das Letztest kommt morgen! Hallo Anime! Hallöchen! Mal schauen, was wir haben, Freunde! Während wir hier grad fahren, werden bei mir die Losers ein bisschen herangenommen. Auf eure Wünsche hin! Si! Okay! Und es wird witzig, darauf könnt ihr euch verlassen! Ich rieche Angst! Hm! Nicht wirklich! Und der hat teuerlein auf Mini-Kacken, Freunde! Mie 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 mie! Wuuuupiii! Wuuuupiii! Wuuupiii! Ja! Mal gucken, wie weit wir kommen! Ja! Mal gucken, wie weit wir kommen! Nächste Spiral wahrscheinlich nach oben, so wie es aussah! Nein! Überdreht Junge! Wuuuupii! 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 Man muss halt so Sachen immer kennenlernen, Freunde, damit man weiß, was man machen muss! Naja! Gut, Ares ist nicht da, weil jetzt fahre ich gleich ein Stückchen zurück! Okay, das ist die Ausfahrt, Freunde, das heißt direkt raus, bevor Ares kommt! Weil wenn Ares kommt, gibt's eine Schweinerei! Ah! Okay, breiter Emschi! Das ist nur ein einfacher Ausfahrt, das geht noch, Freunde! Oh, scheiße, die Wand! Okay, da ist keine Ausfahrt, das sind da oben, Freunde! Scheiße! Wenn, da weiß ich nie, wie weit du... Okay, erst noch weiter hoch! Was muss man da machen? Muss man noch... Ich rückwärts drehen, oben ist der Ausfahrt, da drin! Hm... Ja, alles da! Ich hab's mit der Drehung mal wieder komplett verschissen! Uh! Er hat sein Skill im Urlaub gelassen, Freunde! Das ist die erste Aufnahme nach dem Urlaub vom Ancient! Hat er sich verdient! Was, den Urlaub? Ja! Muss der auch mal sein! Mal fernab von dem ganzen, äh, medialen Stress! Sagen wir's mal so! Böse Auffahrt! Böse Auffahrt! Böse Auffahrt! Schimpfst du gerade die Ausfahrt aus? Auffahrt, nicht Ausfahrt! Die Auffahrt ist böse, die Ausfahrt ist auch böse, aber... Oh nein, 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 nein! Boah! Böse! Nein! Ey! Emchi hat ihre Farbe Rettem! Alter! Warum machen wir eigentlich immer solche Sachen, wenn Emchi ihre Farbe hat? Das ist immer zu glatt! Ich... Weiß es auch nicht! Wenn die Frau jemals meine Videos sieht, kriegt sie nicht tot. Ja, ich verlasse mich da drauf. So, außer da ist sie. So Freunde, was sie jetzt... Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, müssen wir das einfach so fahren. Aber ich frage mich gerade wirklich, warum die Map, ich glaube, 17% nur hat. Das wirst du gleich kennenlernen. Hier kommt einiges Böses. Du bist ja auch nicht bei mir, was machst du da? Ich genieße die landschaftlich schönere Stücke. Oh, Endos 2.0. Wow. Ey, fick dich! Nein! Ich hab... Oh boy! Das ist doch okay. Oh, ja! Oh, alles von vorne, Digga! Ja, das ist ein sehr langes Stück. Oh! So, von der... Was ist jetzt? Ich schretze wieder weiter nach oben. Oh, Alter! Das ist der nächste Typ. Ist das wieder das gleiche Spiel, Freunde? Ja, das ist das gleiche Spiel, okay. Please! Vier. Perfekt eingelocht, Freunde. In ein Loch bin ich ein König. Soll ich es dir zeigen? Ich fahre Sailor Invis und schwimmt. Bitte lass den 2 verkacken. Aber bis jetzt bin ich noch gut drauf. Das ist Dezember lasten, mein Lieber. Oh, die Emschi auch ohne Probleme gefahren, Freunde. Aber jetzt mal ernsthaft. Das Ding ist doch saugell gebaut eigentlich. Ja. Ah, was hat es? Halt die Schnauze! Hey, Junge, was ich hier alles am Stück fahren muss! Wenn du hier verkackst, Freunde, das ist sozusagen so ein alt E4-Moment. Wo er für Aros ist gut, weil er da nicht drin ist. Wo er... Oh, ja. Eine mehr hat's. Links, rechts! Uh! Halleluja! Äh, willst du mich... Ja! Jetzt weiß ich mal, Micha, wo du die 13 oder 17 Prozent herkommen hast, dass du die nicht mehr patze. Okay. Oh, nö, was kommt denn jetzt schon wieder? Oh, Junge, erstmal die Auswahl finden. Okay, da ist wieder hier. Oh, oh! So, Freunde, es reißt. Was, 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 was? Hallo? Halt! Hör? Warum baut ihr keine Rundenpunkte? Ehrlich. Damit, um dich zu ärgern. Ja. Chichi und so, ne? So, Freunde, volle Konzentration. Wo ist das? Da ist das Ding. Erwischt. Es ist aber wirklich so eine wichtige Konzentrations-Map eigentlich hier. Ich wollt' sagen, dass ich hier gerade als am Stück fahre, dass ich schon, seitdem du eben den dummen Spruch gemacht hast, Ares mich am Stück am Ball-Ride dran. Ja, welchen dummen Spruch. Da kamen heute mehrere. Lass mich zu der Endos. Achso. Ja, scheiße. Oh ja. Wow. Junge, willst du mich aufs Korn nehmen? Das hier oben ist eine Art One-Pointer, Ares. Ja, geil. Oh ja, du bist ja mittlerweile der Erste. Das heißt, du weißt... Halleluja. Was hat denn der sich da jemalig zusammengeklemmt? Na, DIGA! Also, du bist jetzt nicht jemalig. Bist jetzt war alles sauber. Du konntest alles gut fahren. Ja, ich hab' noch nicht so ganz geschleibt, wie die... Ja, ich... Wow. Ich hab' noch nicht... Oder ist das der 2-by-Prim, wo du endest, gerade... Ja, ja. Ja, egal. Zum 6-Objekt, Diga. Du hast... Das, äh... Macht die Community, hallo. Weil du, was du machen musst, das ist einfach so ein Tube-Flip quasi. Nicht rausspringen, dann quasi rüberflicken. Ah, okay. Was war das denn? Okay, das hier ist einfach nur ein bisschen Zeitvertreib, weil ich hab' auch Freunde. Okay. Ha! Und ich darf mal wieder sagen, Freunde, äh... Erster Platz! Richtig, Freunde! Nein! Musste das jetzt sein! Ahahahahahahaha! Weißt du was? Ich probier mal so, zurückzufahren und probier, ob ich Avalanche kann auf den One-Pointer. Am Arsch! Wenn du mich da weg, Avalanche, ne? So, auf hat sich mal gelungen. Jetzt geht's los, Freunde. Die Avalanche-Jagd beginnt! Wenn du mich hier weg, Avalanche, ne? Freut mich da vorbei. Ernsthaft! Er fährt 5-6 Minuten, Freunde, und dann, jau! Ja, dem Punkt bin ich, glaube, 4-5 Minuten am Stück gefahren, Aris. Ja! Oh Mann, Alter! Boah, ich hasse aber auch Wallrides aus Tubes, ne? Ehrlich. Ja. Ach komm, jetzt möchte ich das Endchen Edein bis zu ihm schaffen, ich möchte Endchen-Ever launchen. Du kannst mich mal am Arsch lecken, ne? Es gibt eine Stelle, wenn wir uns da treffen, wird's tödlich für dich. Wow! Es ist ein Stück M-Schild vorbei, da sitze ich und kann ich schon nochmal sagen, Aris. Ja, toll. Und wenn wir uns da treffen, hast du verloren. Dreh dich, Karre! Ey. Boy. Also, ich weiß schon, auf den nächsten Ziegenmann verbaue ich den Scheiße. Ja. Ja. Ich stelle mich aber auch gerade kernbehindert an. Uh, der Sprung auch geschafft. Angel, wo bist du? Sag ich dir nicht, das geht dich den Scheiß an. Geht dich gar nichts an, Lappen. Oh, Freunde, ich glaube, ich komme ihm näher. Er hat Angstschweiß. Avalon is coming. Wenn du mich hier weg Avalon, rast dich aus, Digga. Ich hoffe, das ist dir klar. Ich weiß nicht, ich habe direkt schon runtergetrennt den Sound, damit man in deinen Ohren nicht ganz bleiben. Das ist nicht dein Ernst! Ey, das schaffe ich es einmal dadurch. Kommt mir der Goldkirche in der Gegend und pümmelt mich da runter. Ich habe es geschafft, Freunde. Ist das dein Scheiß? Ist das ernst, Alter? Ja. Du bist so ein schlechter Mensch. Unglaublich. Erst, dass du meinem Schatz auch noch den Gefallen tun willst mit der fucking Chiburik-Kacke. Ja. Was mich ja schon nervt. Dann, äh, der gewisse Einspieler, den ihr morgen zum Besten kriegt. Deswegen habe ich ihn jetzt noch nicht angespielt, Freunde, weil diese Aufnahme ist nach der irgendwie für morgen kommt. Genau. Ist kompliziert, ich weiß, Freunde. Ich habe mich nicht getroffen. Ja, freu dich. Ey, pack den Eis, Mann! Ich hätte schon eine schlimmer und schäbisch können. Ja, vor den Punkt oder so. Ja. Arschloch, echt. Möchtest du dir nicht was liebes zu mir sagen? Sonst komme ich auf dumme Gedanken. Gar nichts, ey. Komm, sag was liebes zu mir. Was? Nein. Am Arsch! Du kannst mich mal am Arsch lecken. Okay, Freunde. Bevor ich heute noch was liebes zu dir sage, wächst mir ein zweiter Schwanz. Okay, Freunde. Das heißt, wir müssen das passieren. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Du bist so ein schlechter Mensch, Alter. Ich brauche hier fünf Jahre durch diese verkackten Drecks-Tubes. Und dann kommt so ein kinißes, lilanes Auto. Ja, total süß und so. Richtig knuffig. Nee, dass du änderst. Zum Niederknien, Mann! Flexst er mich hier an der Scheiße weg! Jetzt kriegst du es so wieder. Das ist dir hoffentlich klar. Ich weiß. Aber... Ah! Guck mal, Alter! Das ist dir hoffentlich sowas von klar, dass du das wieder kriegst, du Lachs. Okay. Ich krieg's spawnen und ich habe ihn weg, Freunde. Ja, ja. Ich probiere gerade den World Drive, wo du so Probleme hast, einfach mal komplett rückwärts zu fahren. Ohne Probleme. Hm. Ja, 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 ich bin der Fallschum hochgefahren. Aber vor allem, ich kann ja nicht spawnen und die Ars mal jagen gehen. Kannst mich mal! Ey, du bist so ein schlechter Mensch. Ehrlich. Entschuldigung, Endes hat so viel Einfluss auf mich. So, so. Und jetzt auch noch alles auf den armen Sailor-In-Restream. Natürlich. Oh, ich glaube, ich weiß voll jetzt, Freunde. Wir können ihn ja nicht tun. Oh, nein, 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 nein. Nein! Oh, 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 oh. Hör doch auf zu drehen, Karre! Nein, ich hab's da kackt. Was? Außer Brie, dafür ramme ich jetzt noch einmal weg, da früher so frech war. Ah, du ramst mich jetzt nicht noch einmal weg! Frag sie mal, soll ich dich jetzt als Straft wegrammen? Nee, das frag ich sie jetzt nicht. Sie sagt, nein, das wäre jetzt nicht unverhältnismäßig. Ja, das glaub ich jetzt irgendwie nicht. Verdammt. Alter! Ja, nö, sie zeigt mir einfach nur einen Ficker. Uhu. Ey, ja! Das ist sehr schön. Sabrina, wenn du es siehst, oder es rindest, extra für dich. Hör auf, dich so bei meiner Frau einzuschleimen, Mann, ey. Die Sauerei kriegen wir hinterher nicht mehr weg. Komm, ich schleim, Alter. Ach, ich gebe dir Zelle Andres, das ist eine gute Putze. Bitte, Trine, du musst es werden. Okay, ich muss mich auf jeden Fall aufhalten. Der Trine darf nicht drin bleiben, der Trine darf nicht drin bleiben. Der muss sowas von drin bleiben. Jetzt die Frage, Freunde. Bitte, dass du nicht drin bleiben, ich muss mich beeilen. Komm, 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 komm. Ich schleim, Alter, das ist eine gute Frau. Alter, der muss so drin bleiben, der Trine. Ich werde verhindern, ich werde verhindern. Wirst du nicht? Du bist ehrlich derjenige, der die Videos schneidet. Also zumindest nicht meiner. So. Nein, überdreht. Hey, nochmal. Hast du auch verkackt? Ja, aber ich lasse es trotzdem drin, das sah schön aus. Bisschen, ich schiebe es durch? Ja. Wunderbar. Ich mache gerade ein Sommerkind zur blauen Spirale hin. Ey, du kannst dich mal schön verpissen. Ich fahre jetzt extra ganz unten, da habe ich ausweichen, falls du irgendwann kommst. Hey, nochmal. Hey, ahhh. Oh, da ist in der Tube drin. Ich komme auch in die Tube, Aris. Tust du nicht. Ich bin in der Tube. Du verpissst dich jetzt, aber ganz gewaltig. Muss ja irgendwo über mir sein, oder? Ne. Da ist der Umfänger. Ja. Ich bin direkt unter die Aris. Komm, ich fahre aber nach unten, ich bin ja ein Erbenbruder. Er sollt ihr ja endlich mal schaffen, für die Frau. Das ist ja nämlich peinlich. Oh, ich habe mich zwar fast ohne Aussortierer gedreht. Hm, das ist auch eine Skill. Hey, schon wieder? Echt jetzt? Du hast echt die Sommerkrieg verkackt? Oh, please. Wow. Aber jetzt wird es peinlich. Ah, da ist er eigentlich. Ich wollte gerade schon sagen. Ich hätte mich ja ausgedacht, hätte ich das verkackt. Als ob der hier noch so eine Fickkrieg baut. Ja. Ja, warte. Ey. Was? Das schafft man in 13 Sekunden. Nur vier Trupps. Challenge, Aris. Ey. Halt die Fresse, Mann. Das kann jetzt nicht sein, ne? 20? Ich schätze, ich schätze nicht wegen dir beenden, ne? Komm, du schaffst es nicht. Ey. 14, 13. Hallo. Komm, ich schaffte dich. Verkacke. Ey. Komm, Aris, komm. Komm, er schafft es. Schade. Boah, ey. Ich hätte mich kaputt gelacht. 36, der hätte ich nicht hier geschafft. Ich wäre kaputt gegangen. Gut, ladies and gentlemen, damit sind wir auf, wie es am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns selbstverständlich über eine positive Bewertung freuen. Dann checkt unbedingt die Kanäle vom lieben Anime-Fan aus. Oder vom Entchen. Unten in der Videobeschreibung ist der gute Mann verlinkt. Genauso wie diese Map, Alter. Wow. Sprachen lernen, babbeln. Ich bin, danke mich. Sprachen lernen, babbeln. Danke, Juli. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bittö und auch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.